Man wünscht sich, dass man da selber mitmachen kann, dass man dabei ist. Das ist halt einfach toll zuzusehen, weil man diese Stimmung mitkriegt. Das sportliche Highlight für dieses Event ist das Führerzug fahren und das Springen am Sonntagnachmittag. Natürlich auch, ich muss auch sagen, das Westernreiten in der anderen Halle ist auch interessant. Ja, schon Gänsehautfeeling, weil das Publikum halt so mitzieht. Das tut halt jeder mitmachen. Es ist nicht so, dass jeder da sitzt und nur guckt, sondern die machen richtig mit alle. Das ist klasse. Ja, einfach gut. Ja, hier drin, man hört ja eigentlich, was hier los ist. Die Stimmung ist einfach ganz toll. Mein Highlight ist für mich das Springenreiten. Es reißt einen mit. Also wirklich schon die Halle, die Stimmung und so, das ist live. Fernsehen ist schön, aber das live ist ganz anders. Das nimmt man ganz anders mit. Einfach toll. Ich muss sagen, das ist ein wenigstens reich. So wie jetzt, das Kutschenturnier, da ist drinnen eine übelste Stimmung. Und auch beim Springturnier, vor allem wenn es ins Stechen geht, da macht es einfach mega Spaß. Egal, ob man nur die Musik hört und das Feiern oder ob man drinsitzt. Ich finde es einfach genial. Das muss man erlebt haben. Und ich liebe es, hier zu sein. . Das ist das p Impfung.